Was ist denn jetzt B? Ach, da hinten? Ach gut, dass das hier hinten ist. Weil der Freund ein Vollidiot ist. Das ist ein Spinner, ey. Hast du ihn mal kennengelernt? Nee, leider nicht. Würde ich mir jetzt einfach auf die Schnauze holen. So, oh, lol. Okay. Ich hab' dir das Ganze. Da drücken sie sie in die Haare, weil sie über ihrem Geburtstag nicht da ist, weil sie auf Schulung muss. Da sollst du doch bitte verschieben, weil er mit dir essen gehen möchte. Fünf Sekunden noch. Ah, da hinten bei euch ist ein Fenster, ne? Schmerzt ihr euch? Das ist ja ein Fenster. Ich weiß gerade, wir tatsächlich laufen wie in Division, ne? Unglaublich. Für die Eisabstand halten. Rüstung wird aber nicht vergessen, ne? Da bist du hoch. Ich hab schon. Ich hab schon Rüstung. Ja. Ne, ne, ich bin Kase. Ich hab nur eine Wand. Katzel. Wo soll ich denn die hinpacken? Keiner ist bei B, ne? Wolltest du schon mal weh'n? Wo ist denn B? Ja, hier, wo ich bin. Weißt du? Hab ich gesagt? Sind sie schon. Fuck, ey. Die haben mich von links erschossen. Hier, rechts, 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 rechts. Wo du zugemacht hast. Deine Castlewand ist offen. Echt? Ja, die ist offen. Kein Scheiß. Und die links kommen sie auch jetzt gerade, glaube ich, rein. Bei B. Na, dieser Cheater ist stirbt gleich, wenn er nicht aufpasst. Na, das hab ich gesagt. Auf jeden Fall auch noch von rechts. Da ist der Drohne gerade lang gefahren. Was ist die Ash? Ash ist bei dir gerade rein. Einfach mal zu Mario. Wechsle Magazine! Der hat mein Archeo gekontert. Will der mich verarschen? Jetzt in meine Falle gelaufen. Mega nice. Jetzt in meine Falle gelaufen. Mega nice. Da hinten ist einer. Den hab ich auf jeden Fall mal erwischt. Da ist auf jeden Fall immer noch. Da ist auf jeden Fall immer noch die Ash. War'm, Junge! Ich glaub ich hol' die Runde gerade. Für uns. Ja. Und. Jump. Mega nice. Wart'ne Runde. Mega nice. Ähm. Das geile war gerade, ich kam genau in den Moment rein, wo der den, 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 den Ashurfer platziert hatte. Dann hab' ich ihn umgerotzt und direkt, ja, kaputt gemacht, ne? Ich war hinter dir. Ach, warst du hinter mir? Ich hätte den auch erschossen, oder hätte ich dich erschossen. Ach so. Ach so. Ach so. Komm, ich hab' mir selbst eben so eine geile Runde geholt, mach ich jetzt noch mal. Mit. Mit. F. F. Betcher. Right, oh yeah, there's another with the Postman. Hier bist eure Drohne verwertet, hier meine Vorhauen. Verdammt, eben hieß einer Postman in der, in der letzten Gruppe. Ist nicht für den Ohrraum. Zum Keller. Unten, ja. Naja, Keller. Keller auf jeden Fall. Auf jeden Fall Keller. Die haben hier, die haben hier eine Bombe gar nicht gesichert, ne? B. Wir haben die gar nicht gesichert. Wo ist sie? Nö, nö, die ist hinten in dem anderen Raum, ist sie drin. Die haben die nicht gesichert. Okay, hoffentlich hat einer von uns beiden den Entschärfen, dann logisch direkt zu B. Ah, die Asch hat die. Auf direkt zu B auf jeden Fall. Oh, mit dem Schild mit. Ah, ich geh hinten rein. Ob deiner ist? Nein, leider nicht. Komm mal auf, da, irgendeiner. Sprengladung. Oh, mein Gott. Meine Hesse. Sprengladung ist aktiviert. Okay, der war jetzt, der war jetzt stimmig scheiße. Rechts in der Ecke ist einer. Rechts in der Ecke. Rechts auf jeden Fall direkt. Ah, bist du tot? Ach, scheiße. Drohne aktiviert. Sprengsatz scharf. Ich glaube, er hat nicht markiert, den Kollegen, ne? Warte. Da. Fuck, jetzt haben sie meine Drohne backholt. Aber der hat ihn gekillt gekriegt. Nice. Sehr, sehr nice. Jetzt müsste er ja nur noch legen. Macht er sogar. Ah, der ist dumm gewesen. Da hat er sich nicht hingelegt. Entschärfer ist online und aktiviert. Nein. Ah, shit. Fuck, hätte mir den noch markiert bekommen. Hätten es vielleicht noch geregelt gekriegt. Schade. Entschärfer wurde deaktiviert. Entschärfer wurde deaktiviert. Mission gescheitert. Ah, war eigentlich ganz gut, ne? Ja. Vielleicht hätten wir uns ein bisschen mehr verteilen sollen. Von zwei, drei Positionen kommen, sondern nicht nur von einer Posi. Ich glaube, das war vielleicht scheiße. Na gut, egal. Macht nichts. Stimmt, wird der Frost. Nimm mich wohl. Sehr gut. Und Sven, nicht die Rüstung vergessen. Ganz wichtig. Brauchst du mir nicht zu sagen. Du den später. Ey, ich bin hier in der Durchsdiskualifikation. Der Huber hat für den Baseballschläger angegriffen. Ja, nice, ne? So, ich lieg bei der Rüstung hin, noch. Dänischer Hurenlohn, hä? Dank. Werte, wir hätten die versuchen ja wahrscheinlich denselben Weg jetzt wie wir gerade. Da probier ich jetzt einfach mal auf gut Glück mal meine Falle hinzulegen. Meine Bombe entdeckt, verteidigt. Stell dir den Bomben, warte auf! Da noch Bienen, warte auf! Hier geht's kaputt wahrscheinlich. Es bleiben noch zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Abstand halten. Ich kann das jetzt hier nicht hinlegen, weil hier deine blöde Rüstung liegt. Echt ohne Witz. Wolltest du wegmachen? Nein, 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 warte, 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 ich glaube, es geht. Kannst du schießen? Das ist aber cool. War ja keine Rüstung. Jetzt geht's. War ja keine Rüstung mehr, so ne? Ja, jetzt hab ich nur halt die Rüstung verloren, dadurch. Das Dumme ist jetzt halt, warte mal gerade, hat jemand hier oben abgesichert. Stimmt nicht. Ah, da wollte ich gerade... Ja gut, egal. Er lässt wenigstens hier frei. Ah, mach du mal fett Henry. Was ist denn hinten bei der Tür bei dir auf, ne? Warte mal, ich leg da mal ne Falle hin. Was ist denn nie? Ich lade nach. Warten, verstärkt! Hinten, hinten bei denen sind die, kann das sein. Alles egal, lass doch beide hierbleiben erstmal. Wie sich das entwickelt bei denen? Hier, bei mir. Pass auf. Wie hier bei mir. Hier, guck mal, da. Dürfte ich ja eigentlich nicht sehen, ne? Achso, lol. Ich kann nicht gesehen. Okay. Also, auf jeden Fall ein Schild dabei. Okay, nice. Einen haben sie noch. Okay, jetzt haben die einen Fehler gemacht. Sind alle auch durch dieselbe, durch dieselbe Dings gelaufen. War halt dumm, ne? Naja. Wollen sie besser für uns? Okay, again. Terramite. Sehr gut. Wenn ich die Z-Schraube, kann ich die direkt freihauen. Warten, meinen Sie es denn? Red, oh yeah, there's a, there's a, there's a, there's a, there's a first man. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ja, unten sehen die bestimmt nicht nochmal ab. Komm. Hey Henry. Oh, oben. Ja. Drohne hat eine Bombe lokaliert. So. Rope break. Ich fasse es nicht. Ja, komm, Fett Henry. Komm, komm, komm. Das sieht dich nicht. Wie geil, das hab ich nicht gesehen. Dankeschön, wieder an mit Spülen und so eine Scheiße, ey. Wie geil, das hab ich nicht gesehen. Was war denn, wie läuft der denn da? Ich gewinne andauernd durch Diskqualifikationen im Moment. Schlage mich in Spülen und so weiter. Du Armer. Da war einer. Da ist einer. Ich hab mich geinjert, wenn ich Glück habe. Naja, ich hab ihn zumindest erwischt. Warte, ich schmeiß da mal gerade ne, 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 ne Thatch-Garnate rein. Warte mal. Ja, da ist auch alles. Wir aktivieren die Elektronik. Ich hab auf jeden Fall irgendwas zerstört. Stör-Sender. Einen Stachlader hab ich zerstört. Okay, links ist der. Warte mal, ich schmeiß mal ne, ich schmeiß mal ne, ich schmeiß mal ne Drohne vor. Ich komm mal gerade mit der Drohne. Moment, Moment, Moment. Ich markiere ihn dir sofort. Vorsicht. Er ist direkt links. Direkt links ist der. Direkt links, Sven. Ja, aber wenn ich da reingehe, bin ich trotzdem tot. Und hier ist noch einer. Hier sind drei Leute drin. Drei Leute sind hier drin gerade gewesen. Ob ich. Ich begreife an anderen, Sven. Die sind voll dumm. Die frechten mich gerade diese ganze Zeit nicht. Ich markiere die die ganze Zeit. Die treffen mich gar nicht. Die haben mich einfach nicht getroffen, die ganze Zeit. Lumpy. Hab ich den? Nein, nein. Weiß es nicht, wir haben gewonnen. Ganz won. Ja, super Team, würde ich sagen, wa? Nice. Sehr, sehr schön. Schöne Runde. Schöne, schöne Runde. Hörst du? Endlich. Der Fluch des Aufnehmens wurde endlich mal gebrochen. Ist ja mal Wahnsinn, ey. Boah, leck mich am Arsch. Ja, natürlich hab ich das aufgenommen. Endlich. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. No, true. Tschüss. dudes. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.